Da schleusen wir uns ein. Und dann stoppen wir uns. Na herr, ist das aufgewacht? Darf ich mir vorstellen, Schwester Gabriele. Und wie geht es uns denn heute? Besser? Ja, Dr. Frank. Wechseln Sie bitte den Verband bei Patient Wuss auf Zimmer 215. Und? Gut eingelebt auf unserer Station. Ja, danke. Das Arbeitsgemein hier ist doch wirklich wunderbar. Und das ist mir eine Ehre für so einen bekannten Chirurgen wie Sie arbeiten zu dürfen. Aber, aber, was machen Sie denn nach Dienstschluss? Ich habe noch nichts Konkretes vor. Wie wäre es, wenn Sie mit mir zur Arbeit essen? Ich kenne da ein sehr nettes kleines Lokal. Hübsch gelegen und ein sehr harmonisches Ambiente. Was ist denn da so lustig? Das war harmonisch, das war harmonisch. Was für harmonisch? Also, okay, machen wir die ganze Szene einfach nochmal. Selma, gut so. Und Rudi, du übertreibst heute wirklich ein bisschen. Also das Ganze einfach insgesamt nochmal ein bisschen dezenter, ja? Okay. Also, seid jetzt. Okay. Alle auf Position. Und bitte. Ich habe ein lustiges Casting. Ja, ich mache ja sowas öfter. Oh, harmonisch. So einen blöden Versprecher hatte ich echt noch nie. Ich fand ihn ganz süß. Ja. Und die Krankenschwestern fand ich auch wirklich gut heute. Was ist denn das? Das ist mein Klingelturm. Blöder Spaß im Soßen. Moment. Nein. Na du, geh nur ran. Ich muss jetzt sowieso da lang. Also, viel Glück und vielleicht klappt es ja mit der Rolle, dann sehen wir uns ja sowieso. Was gibt's? Ach, nichts Bestimmtes. Es tut sich nur überhaupt nichts. Als Kommissarin mit dem Cowboy hatte ich ja noch ein ganz gutes Gefühl. Den Dreh habe ich trotzdem nicht gekriegt. Aber seitdem habe ich nicht mal mehr ein Vorsprechen. Ja, erst haben sie mich beim Casting für das Rotlicht lieber nicht dran genommen. Ich meine, dabei habe ich doch genauso gut ausgeschaut wie du. Naja, außer dass du unbedingt die schwarze Brücke und das Nietenhaus spontan errichtest. Ja, und dann noch einmal dieselbe Beide mit Dr. Frank. Ach komm schon, vielleicht laden sie dich hier auch noch ein. Ja, aber auf der Frequenz, auf der wir sonst die Infos für die Castings bekommen haben, ist tote Hose. Hast du nicht irgendwas gehört? Nein, nichts außer deinen blöden Spruch auf meinem Handy. Was denn? Ach, vergiss es. So, da habt ihr eine Runde. Und wisst ihr schon, was zum Essen bringt? Mir bringt es eine Säge dir nicht, oder? Für mich so ist es nicht so. Ich kriege einen Schweinsbruch. Danke, Manu. Vergiss mir auch meine Brille. Nein, keine Sorge. Schöne Arbeit, Otto. Okay, bringst du mir nur einen Spritzer, bitte. Hi. Hi. Hallo. Was kriegst? Ein großes Soda-Zitronen, bitte. Und du? Darf ich auch mal ran? Was bist du? Was soll denn das? Ich glaube, du hast nicht alle, oder? Danke. Okay? Okay. Danke! Die Konkretfilme suchen eine Drogensüchtige. Hauptrolle. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein paar abgefuckte Bankklamotten. Wann müssen wir los für die Seidenstraße? So in einer Stunde. Glaubst du, wir gehen als Chinesinnen durch? Ach, du warst sicher. Sayonara Die Konkretfilme Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 in zwölf verschiedenen Sprachen.